Hallo. Hallo. Oh mein Gott, ich hasse es, wenn das passiert. Da sind sie ja wieder. Das war so, du willst irgendwas sagen? Im Sagen war es so ein Brrrr. Was hast du gesagt? Weg warst du. Ja, bei mir kam noch so, Prinzess, Prinzess. Und dann kam nichts mehr. Schön. Oh, okay. Was dann? Ich habe mich jetzt hier ein bisschen alleine umgeguckt im Dungeon. In der Zeit. Okay. Also hier bekommen wir durchaus das markende Talisman plus 3. Das was? Das markt Bernstein Talisman 3. Das war was? Das erhöht die maximale Ausdauer bis ans Äußerste. Also nichts für mich. Aber ich habe mir, ich habe vorhin schon gesagt, hier werden wir mit den Dingen wahrscheinlich bekommen. Aber ich dachte eigentlich auch beim Boss. Okay. Und das Spiel so, nö. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem nach dem Dungeon dann Schluss für heute. Ja. Also. Ich platziere mal ein Zeichen wieder da, wo ich es vorhin platziert habe. Ja. Hast du es überhaupt gesehen vorhin? Ja. Ja. Ich habe angeklickt und dann so. Achso. Was hast du eigentlich vorhin gesagt, wo du die Verbindung noch gebrochen hast? Worüber haben wir da gesprochen? Keine Ahnung. Ähm. Ruf mich mal noch nicht, weil ich will kurz was schauen. Ich muss erst zurücklaufen. Okay. Äh, okay. Alles gut. Dann war der eine Kind ja nur Zufall. Weil der eine hat sich nicht bewegt eben. Aber er war noch am Leben. Ja, du hast gerade, äh, rumgeleckt und das Gurt und... Äh, ja. OBS war gerade auch auf gelb. Weiß, was schön ist. Ich bekomme mir jetzt angezeigt, dass ich nun Billigkeitsabkommen bin. Nein! Nein, ich bin... Oh mein Gott, das war knapp. Boah, diese Kanonen sind so eklig. Boah, wie sind solche Kanonen-Gegner? Kannst du jetzt nicht, ob ich jetzt auch sagen, dass... fragen, ob ich ready bin? Wenn du schon hörst, dass ich im Kampf bin. Bist du ready? Halt deine Fresse! Aber ich fand schön. Ich hab gerade gesagt, so, ja, äh... Also wenn es nicht in 5 Minuten nicht geht, dann ist es schon vorbei. Ja. Und in dem Moment... Du hast einen Discord-Anruf gestartet. Ja, ich hab einen gestartet. Mhm. Interessant. Du musst dich auch irgendwie anrufen. Interessant. Bei mir war es einfach... Der Call ist wieder da. Ähm, wo ich dir geschrieben habe... Ich legte eine Nachricht raus und dann war mein Internet wieder aktiv. Also mein WLAN-Symbol war wieder da. Okay. Okay. Warum ist das hier so hell? Weil da hinten ein Schalter ist, ein Hebel. Wenn du den betätigst, dann ist Licht hier. Okay. Warum macht Prompt's für immer solche asoziellen Wege? Hier ist übrigens dann das... Äh, der Talisman. Wo? Hier drin. Also bist du hier runtergesprungen? Okay. Ah! Äh! 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 Ja, und da in der Truhe ist dann der Talisman. Ja, das dachte ich mir fast. Ich fand's gerade schön, wie ich hier noch stehen geblieben bin. Ja. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Okay. Ich wollte ja von einem Kanon-Glik dazu gespampt. Ja. Hab ich gehört. Ja. Dann hab ich mich gerufen. Ja. Weil ein asoziales Aschloch ist. Das gefällt dir, ne? Ist mein Appel bei dir an oder nicht? Ja, was? Ich hatte diesen Luf in denen. Das ist ein Zauber. Ja. Der Talisman wird frei. Wichtig. Der Talisman wird nicht geändelt, oder? Danke. Ja, einen noch. Kommst du bitte auch wieder nach vorne? Auch. Nee, er lebt noch. Er lebt noch. Der ist sehr super. Ja, vor allem war ich ihn da nicht treffen, aber eher uns. Alter. Dann lauf einfach weg. Das Problem ist, ich möchte ihn jetzt töten. Aber ich kann ihn nicht anvisieren. Das bringt aber nicht so gut, weil ich stirbst. Was? Aber... Deswegen möchte ich ihn töten. Den hättest du aber auch da lassen können, den Zauber. Da kam gerade noch einer. Ich weiß. Dieser Zauber ist wohl die asozialste Seele ganz Elden Ring. Er ist rechts. Hier ist ein Leiter. Hier ist eine Blume. Ah, hier habe ich dich übersehen. Der ist gerade von der Wand runtergegriffen. Ach so. Ein Leiter. Was ist da? Ich weiß es nicht. Ach so, hier kommt man zum Hebel. Ach so. Gott sprach, es werde Licht. Aber ich fand den Lichtschalter nicht. So. Ist, glaube ich, dort... Ne, da ist die Leiter. Da kommt man zum Zauber hin. Was hat er gesehen? Oh. Musst du nicht. Ha! 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 Schattenrecht, Munde 5. Ich wusste nicht. Ha! 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 Er ist mit der Fun-Live! Okay, er ist tot Und ich habe noch Yay, fünf Tränke Todesrotterhelm Todesrotterrüstung Todesrotterstulpen Todesrotter Nein, Schutz Nee, lass deinen Zauber stecken Hui Vorsicht vor rechts Vorsicht vor rechts Es kam trotzdem Es hat gezaubert Auf mich zaubert auch gerade ein Gatling an Oh mein Gott Die habe ich fast getötet, die Gatling dann Die hat mich getötet Habe ich immer noch mehr Zauberdef als du, oder was? Jeder Schuss prallt an Wänden ab Und geht wieder zurück Ich bin einfach da durch die Rand Ja, bei mir war aber der Boden Er hat genau auf den Boden geschossen Achso Das heißt, die Angriffe Krallen den ganzen Raum ab, ja Bei mir ist einfach das Red gerade ausgeschossen Ja, da haben die Kugeln ein bisschen mehr Luft Ich habe das kein verborgener Pfad Ich hoffe, du lügst die Nachricht Lass stecken uns aber Lügt da vor was Äh, hilf mir, hilf mir Er hat sich nur dies Heilung Okay, du bekommst Heilung Wo bist du gerade? Äh, auf irgendeiner Brücke Oh mein Gott Ich bin bis jetzt einfach nur Ich bin bei einem Aufzug Erstes Mal wieder neu Du bist bei einem Aufzug, perfekt Wo bist du? Ich stehe einfach mal Vor dem Aufzug Einfänger platzieren Ja, halt unten Bitte Jetzt habe ich den oben platziert Ne, runter und nach unten Weil unten ist Marikas Pfahl Wenn du dann stirbst, kommst du da runter Wenn du oben stirbst, dann nicht Oh Okay Ich platzieren Um zu reden Ja Aua Jerk So Wir kommen hier jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr hoch Deswegen muss ich mich einmal töten Tree falling Ich sehe dich da, du Sau Ich sehe dich da, du Sau Ich sehe dich da, du Sau Passt Ich habe es gehört Hinter mir Darf ich zu gucken? Ähm Jo Oh, ich bin jetzt halt bin Zauberin Ich bin jetzt wieder mal Zeug bei dir Ja 519096 Okay Ich habe schon eine halbe Million Ich bin übrigens da, hallo Hallo Laster Schnipsen, das ist meine Sache Ich habe damit Oh, ich habe damit nicht angefangen Das ist so hell bei dir Ach, du bist zu weit Ach ne, ist das wieder ein FromSoftware-Weg Das ist ein FromSoftware-Game Natürlich Nicht, dass solche asozialen Sachen immer mehr aufgemessen Blume Nicht runterfallen Wie du gesehen hast Hat dich schon gleich aktiviert Obwohl du es gesagt hast Genau Genau, das war der Zauberer, der mich gekält hat Achso Aber ich nehme an, das wird dann der Weg nach oben sein Warum gehen wir? Gib mal in schädliche Richtungen Weiß ich nicht Aber immer Wenn es zwei Wege gibt Gehen wir ja Instinktiv in verschiedene Richtungen Ich meine, passiert uns sowas mal irgendwann nicht? Im Wald, da wo man nur gerade auslaufen muss Ich meine, wo es zwei Wege gibt Gehen Und ja, auch mal eine Orientierung damit In das Spiel zu nehmen In das Spiel zu bringen Oder nicht Darf ich auch was machen? So, ist da Ja, da Oh, da ist noch In den der besten Da oben waren wir Ja, ich seh's Hast du jemanden von zu fahren Ich bin mal weit gesprungen Ja, und hier hätte dann der Zauberer genervt Okay Und unten ist nochmal ein Aufzug Er ist wohl nicht unten, aber ja Hey, das wollte ich machen Ja, immer schauen bei einem Aufzug Hilfe! Ach, nö! Messbar Ausrufezeichen Interessant Muss das jetzt sein Ich bin noch nicht bereit für ihn Ich frage mich, wo er ist Ist er oben? Ist er unten? Das war ich Ja, wahrscheinlich steht er jetzt auf dem Aufzug Nee, ich hab das gemacht, weil dann sehen wir, wenn du runterkommst Wenn du runter mögen Hätten wir so auch gesehen Oh, guck mal, der kommt runter Deswegen hab ich's gemacht, so können wir uns besser vorbereiten Ich möchte mich verwandeln Du willst mich verarschen, du Dreck-Sau Bleib wenigstens stehen Das hat, das hat weh Kannst du uns auch helfen Du bist ne Dreck-Sau Lass mich gegen kämpfen und bleibst Verwanderster stehen Du bist ne Dreck-Sau Jetzt hat er gefallen, oder? Ein bisschen, ja Nein Er hat mich erwischt Sehr schön Hast du verdient Aua, aua, aua Soll ich noch hochkommen? Aua Du bist bei deinem Marigastral, nicht bei meinem Alter Wieso trifft er mich hier? Keine Ahnung Keine Ahnung Beantwortet der Lichthalter hier Ja Ja, dann musst du in die In die Ecke rein Was für ne Ecke? Da sind doch die Die zwei Durchgänge Bevor du die Treppe runtergehst Okay Keine Ahnung Alter, da sind wir zu zweit reingegangen Iiiiih, der Zauberer ist da Das ist aber schon ein bisschen weh Und da war es schon ein bisschen heller Nein Nein Was nicht Gespaltenes Superfall Was hast du gefunden? Ich hab ne Waffe vom Gegner bekommen Wo bist du denn gerade? Irgendwo Irgendwo Ja, das hilft nicht Ja, das hilft nicht Ich frage niemals noch einen Teams losen, wo er ist Bist du die Treppe runtergegangen? Nö Aber ich mach gerade Licht Bist du da Nee Dann wartet man Lichtschalter Okay Ich weiß was schön wäre Hm? Entweder ausschalten Naja Naja Würde funktionieren Dürfen wir aber nicht zusammenspielen Ich weiß Das hab ich mich letztens geraten Weil er damit auch so Weil er Angst hatte, dass er Wenn er weiterspielt, dann Vader bekommt Gott, hab ich hier viele Fruchtfliegen Mein Zeichen liegt, ne? Ach Sag doch was Hej Heleeeh Hallo? Hallo? Tja Oh Wo? Die Bestienknochen heben Achso AUU Verrasst ist das so'n scheiß Spiel! Oh Warum konnte er das? Danke für dein Echsenforsschwert Wirklich? Warum ist er hochgeklettert? Oh oh Scheiße Ähm Der ist ungünstig platziert Würde ich mal sagen Ja Warum haben diese Magier so ne hohe Range? Für ihre Arco Toll Aber du hast keine Range Ne Weil ich ein Weisheitsmagier bin Und tot Ne du bist tot Nicht und tot Ich hab gesagt UND tot Ich hab runtergeschossen Ja Ja, hab ich nur gestorben, bis das runtergefallen Ja, ich hab's gesehen Ich bin beim Marika-Pfall Ja, aber ich glaub, das ist beim Oberen Ähm Nö, das ist ein Ding Auf der Höhe, wo ich dich über Schuhen haue Ja, beim Oberen Ja, weil ich bin ja schon eins drunter In dem Sinne Du müsstest ja bei dem Lichtschalter spawnen, oder nicht? Ja, ich hab mein Zeichen platziert beim Marika-Pfall Achso Sagen sie das doch, ich wusste noch Oh, ich steh sogar drauf Ich nehm meine Pass und steh den Zeck drauf Als ob du's gewusst hast Heilung voraus benötigt Daher preiset Nachricht So, ich möchte meine 610.000 Seelen wiederhaben Okay, dann mach mal den Weg ab anders Ja, ich hatte Angst Todeskritzer fällt Todeskritzer stolpen Todeskritzer Beinschutz Todeskritzer scheiße Es geht tief runter Ich glaube, der Zauberer hat dich erwischt Ja Ah, ist das der Zauberer, der dich von gekillt hat Genau Das ist der Zauberer, der dich von gekillt hat Scheiß Zauberer Bloß von der anderen Seite Dein Zeug ist sie davon gerieben Ich hab das schon Achso Interessant war, dass es genau dann gesammelt und eingesammelt war wird Achso Arschgeige Ebertalige Huiiii Huiiii Oh Gott, warum muss ich grad an ihm denken? Wolkeneu Sockenbart Lauf, lauf! Warum was? Warum hast du ihn aktiviert? Oh? Oh mein Gott Was? Warum hast du ihn überhaupt aktiviert? Ich hoffe, dass er den unten nimmt Was? Ich hoffe, dass er den unten nimmt Wie mache ich abwahlen? Nein, natürlich nicht Warum hast du ihn überhaupt aktiviert? Weil ich dachte, du wärst näher hinter mir Also, ich kann's jetzt als Erfahrung sagen Sobald er aufs Weg losfährt Und ein Stück fährt, kann ich's vergessen Warum hast du's überhaupt gemacht, du Sau? Weiß, ich hab meinen Kopf so bei Wolkeneu Sockenbart und der Lauf zum Aufzug Warum bist du so'n assig wie Missgeburt? Was hab ich dir getan? Nein! Das war scheiße Was hattest du von dir? Du fandst toll Was hast du denn gerade gemacht? Was hast du denn gemacht? Hattest du dich noch geheilt? Anscheinend haben grad mehrere Male Nachrichten bewerte Die ich mal irgendwo platziert habe Weil ich hab die Meldung grad dreimal bekommen Sehr gut, aber es klingt immer auf Ich weiß nicht mal mehr, welche Nachricht das war Sei einfach froh Ich hab nur zwei Nachrichten platziert, also vielleicht drei Okay, ich glaube, der ist dann bei dem fetten Drachen, den du für mich gekillt hast Au Hast du grad dient? Achtung, wo gerät? Ich wollte gleich meine Leiche wieder einsammeln, okay? Die Leiche ist für mich Warte, der Aufzug ist nicht da Ich weiß, weil du eine dreckige Mistgeburten-Zau bist Ich wünsche, wir haben gerade einen Lotto zu fallen Ich möchte dich kicken Wir werden inversiert Oder werden wir nicht? Doch, werden wir Oh, werden wir Hey Mencho Er ist oben gerade gespawnt Versteck dich, versteck dich, versteck dich Warte, kann ich den Schalter benutzen? Nein Nein Nein, kannst du nicht Ich verbande ich mich womit benutzen Womit Guck mal, ich bin gerade Witzig Mit dem Schleier Ja Soll ich jetzt anfangen mit dem Schale zu suchen? Sagst du, wenn er unten ist? Okay, ich hörs Ich hörs Kannst du mit dem mitkämpfen? Ja Warte Ja, guck mal, ein Grab Oh, ne So läuft vor Ist das nicht Ist das nicht die fette Kanone? Ja Achtung Mist Die Nachricht sagt einfach Achtung Mist Komm, die muss ich positiv finden Ich bin schnell, dass das Grab runterkommt, während ich selber ein Grab bin Der hätt sich wahrscheinlich auch nur gerade gedacht WTF Jägerwesma Hat der uns nicht den getötet? Ne, das war erstmal Aufzeichen Ja, ich wollt grad sagen Da fehlt ein Ausrufezeichen Vielleicht hat er einfach seinen Namen schnell geändert, um nicht aufzufallen Er ist ein Grab Ah, ich kann dich so nicht anvisieren, oder? Ne Ich hab ne andere Idee Wie Angst bekommen hat Warte, trägt er grad ne... trägt er grad die fette Rüstung? Ja Er kann sich gerade nicht heilen Warum kann sich nicht heilen? Weil ich den Rolltopf... Nein, ich bin auch Richthoff auf ihn geworfen Okay Wie lange kann er sich nicht heilen? Bis... bis... äh... Crack weg ist Noch hat er ihn Ach du, kein Ich hab's gesehen Alter, ohne Fresse Der wollte mich hobi tun Oh! Hast du's gesehen? Diese bist hier ein Ziel suchend Ja Das ist gut Mann Klar Hab ich's gerade gezielt nach vorne gemacht? Nachricht wurde bewertet Ah, wenn ich's charge kann ich's nach vorne machen Das ist interessant Interessant Was hast du gerade gemacht? Was ist denn eine Witze? Kavitationsflächer Das ist aber kacke Der Typ nervt mich gerade irgendwie Messler wo bleibst du? Er ist runtergefahren Klappe direkt Gehen die auf die große Straße? Warte, komm nicht runter Ich seh's Voll deine Fresse Ja Achtung, komm, weg Au, zu meinem Rücken rein Aber jetzt ist es sehr aktiv Das ist nicht gut Du hast gemacht was er wollte, du Idiot Aber jetzt kommt er nicht mehr Er kann durchlaufen Unbedingt Doch Doch Ich dachte Gegner Atelier Nicht angreifen Hm Ich seh's mal so Mein Warnach fühlt sich dadurch ein bisschen auf Wie heißt der Schleier? Wie heißt der Schleier? Welche Leute Ja Ich hab's gespürt Ich hasse ihn, ey, ne? Ich hasse ihn, ey. Wo ist das so? Da kommt wieder ein Stein. Oder wo? Was suchst du denn? Ich weiß nicht, was ich suche. Da. Äh... Achso. Was ist auch mal so durch den Stein gedroht? Ich weiß, was passiert. Was soll ich auch mit Lernbahn machen? Ah, okay. Ich hab's gesehen. Es war eigentlich geplant, dass du da nicht runterrennst. Deswegen hab ich den Stein da platziert. Okay. Er geht jetzt gerade ein bisschen mehr auf Arco. Wahrscheinlich, weil er mich tut, bevor du kommst. Ich weiß eigentlich. Aber ich muss jetzt ja nicht vom Lernbahn überfüßen. Nein, Katze! Nein! Nein! Hab ihn gekillt. Nice. Weißt du womit? Er hat mir zwei Dachen-Montiven gechargt. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Aber einfach zwei gechargte Dachen-Montiven reichen, um ihn zu töten. Der war... Ein Schlag von mir hat ihn schon halb tot gemacht, also... Ja. Was hast du auch für eine Rüstung getragen? Wie sah er mit aus? Das war die... von dem... NPC, den du getötet hast. Oh. Welchen PC habe ich getötet? Den von den Garnelen. Achso. Mein Zeichen liegt. Mhm. Alles. Jetzt wäre es gut zu wissen, wo. Ja. Ja. Unter der Nachricht. Ja, perfekt. Gott, ich musste gerade den Müt-Knopf suchen. Hi. Wie ist er hier? Du bist hier? Ab und an. So weit rein. So weit rein, dass ich den nicht sehe. Ja, ich bin... Alles da nicht weiß. Grei war es. Grei, bis Teile ist es. Aua. Was sind die Seilbruch-Pfeile? Bei diesen Gegnern ist die Seilbruch-Pfeile mega. Ich bin in eine Lücke gefangen. Habe ich welche? Au. Die erreichen wir nicht. Aua. Ich bin tot. Ganz ehrlich? Ich lasse mich kurz töten, damit er nicht akkri- Ach, wo ist am besten, oder? Ach, wo ist er am besten? Ach, wo ist er? Ach, wo ist er? Obwohl, nee. Ich hab eine andere Idee. Moment, Zeit. Ich suche gerade was. Ich hab eine andere Idee. Obwohl liegt ein Zeichen? Obwohl. Ich hab ein Zeichen geschenkt. Die sind letzte Beine. Auf, wo ist er überhaupt nicht zu sein? Ich hab eine andere Idee. Das war die Eure, das war. Ich habe eine andere Idee. Das war dieика mir auch. Was passiert? Ich hab doch Pfeile! Doch, in der Hand! Weithändig! Ich wollte nur meine Laternen anmachen! Ah, ich glaube ich weiss warum Ich weiss warum Hast du getultet? Nee, ich bin grad unten auf seiner Plattform Achso Ich glaub von hier aus... Pfeile mit Bogen, ich spiele es ja scheiße! Von hier aus kann ich ihn erwischen Mach ich überhaupt Schaden? Ich hab'n gar keinen Schaden auf meinen ganzen Pfeilen! Genau! Bogen ist scheiße! Ich bin tot! Ich bin Bogen scheiße! Ha! Ha! Ich hab' gesagt, du bist tot! Ja! Ich war doch im Menü um den Bogen wieder zu entrüsten Wo steckst du denn? Ich hab'n was geholfen! Ich hab'n was geholfen! Ich hab'n was geholfen! Ich hab'n was geholfen! Weisst du was? Ich möchte meinen Bogen von Weisheit wiederhaben Der wäre gar zu praktisch Ich hab's geholfen! Die. Ich leb' noch! Ja! Was? Ich hab'n's doch gesagt, dass ich leb' noch! Ich bin Gold, wie ich gesagt habe. So. Warte, 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 warte. Also ich habe jetzt die E-Question auf mir. Ich sehe es. Aber er ist jetzt tot. Mich echt noch in sein... Au, da ist ein kleiner. Ja, bei mir auch. Nein, nein, der wird mich nicht hören. Fuck! Blöde... Blöder Krug. Kleiner ist ja, dass ein Krug bei mir am Weg war. Der Knizern, der Knizern, der Knizern, der Knizern, der Knizern, der Knizern. Äh, Geister, Salud. Dankeschön. Prinzess? Ja? Da oben liegt ein... Orangenes Item. Äh... Wo ist da vorne? Ich sag, du sag da oben. Wo ist da oben? Da wo Fettsack stand. Achso. Wie komme ich da hin? Äh... Schauen wir mal. Vermutlich von unten. Wo geht es denn da hin? Das sieht aus wie... Geht zum Ende. Ja. Was ist hier? Schatz rülf voraus. Schlag mal hier gegen die Wand, bitte. Oh nein. Das ist wahrscheinlich... Ja. Fake. Bei mir ist ja auch keine Nachricht. Lügner voraus. Da liegt ein... Da ist noch eine Nachricht. Ist dort was, weil ich seh's nicht richtig. Ja... Ich seh's. Ist da ein Weg? Nein. Also, wieder ein Arschloch. Der ist wahrscheinlich an der Kante hängen geblieben und äh... Hat sich gedacht so... Ich hab's ein Joken. Genau. Ein Zeichen gibt. Mhm. Ah. Da ist ne Leiter. Ne Armbruch wäre wahrscheinlich besser gewesen bei den Idioten. Weil Fallenbogen ist ja mal richtig scheiße. Hilf mir. Beep, beep, beep. Beep, beep. So. Okay. Hier ist ne Nachricht, die sagt Leiter suchen. Ja, komm mal mit. Komm mal da. Hast du ihn gefunden oder was? Naja, aber es gibt hier auf jeden Fall noch einen Lichtschalter. Wo bist du? Tja. Ah, da bist du. Ich hatte dich ja mit vorbeilaufen sehen, okay? Okay. Ich stand grad neben dir, als du gezeigt hast, da steht Leiter suchen. Hab ich nicht gesehen, okay? Also, zum einen müsste hier ein Item sein. Oder hier liegt ne Leiche. Und probier mal die Wand zu. Da ist jetzt halt Leiter. Okay. Facke. Ist noch ein Aufzug nach unten. Dann gehen wir hier nicht weiter. Dann gehen wir da weiter, wo du dachtest, da ist Bosch oder so. Ne, warte ich. Hier. Wo war das jetzt? Äh. Achso, das ist Item. Irgendwo war grad im Weg mit Licht. Ja, vorne. Ich dachte, ich hätte noch einen gesehen, wo wir runtergelaufen sind. Ah ne, das war ja der Aufzug. Ich bin vergesslich. Mhm. Halt die Schnauze. Der ist Licht, Alter. Kein Geimgeln voraus. Ich trau dem grad nicht. Oh mein Gott. Das ist... Interessant. Geht's doch wieder auf uns selbst hoch? Keine Ahnung, aber was ist das... Was ist das für ein Item? Ein Orangenes. Da steht grad einfach nur in der Luft. Achso. Ah, warte. Bleib mal stehen. Darfst du? Ich weiß es nicht. Probier. Ja, ich darf. Fährst du hoch? Nö. Oh, das dauert länger. Dass man wieder zurückkehren kann. Wahrscheinlich. Wunderbar tut das hoch, warum hab ich versagt. Mach das Licht wieder an. Ja, vielleicht geht's dann. Ah, wahrscheinlich haben wir jetzt grad ein bisschen verkackt. Warum? Weil wir den Gegner unten hätten töten sollen. Ah. Das wäre natürlich asozial. Was ist denn hier unten? Ich hab's truhe. Du bist nur truhe. Ich weiß, die hab ich gesehen von oben. Mit... Großmaulwichttasche. Ah, das ist, glaub ich, um ihn zu beschwören. Das hat zumindest grad das Ausland im Bild. Ja. Gehst du willst weiter? Ah, du hast grad... Du hast grad mal ins Team geschaut. Ja. Von diesem Großmaulwichttasche. Weil ich erst Wix gelesen habe. Und ich wollte deswegen vorsichtig lesen. Und dann hast du Tache gelasert. Das auch wieder nicht richtig war. War's nicht Tasche? Äh, wirst du oben einmal sterben und hoffen, dass... War's nicht Tasche? Asche. Oh. Meinst du, das funktioniert? Naja, der Gegner wird geresettet. Und wenn's ein Item ist, was vom Gegner getroppt wird... Und was da mag ich, wenn du in der Stelle... Äh... Müsste es denn auf die untere Position gesetzt werden? Okay. Beim letzten Router Gnade, oder? Nein. Er ist jedenfalls wieder da. Alles gut. Aber er ist unten. Dann ist es noch besser. Und wo ist ein Zeichen? Ach so, ich wäre jetzt runtergerannt und hätte bei mir Licht gemacht. Ach so, dann mach. Au. Was ist? Ich hab grad die falsche Seite ausgestattet. Oh. Und anstatt mich zu heilen, hab ich grad einen Stein gerüst. Oh. Unrucksig. Ja. Ja. Ah! Das war ne groß... Einfach nur ne große Geistershalde hier. Ist auch gut. Wie oft benutze ich Geisteraschen? Dann helfen wir uns beim Aufzug einfach. Ich muss kurz schauen, wo der kleine Wichter ist, weil der rennt. Der ist nämlich zum Aufzug gerüstet. War das auch so? Der Aufzug, dann musst du die Treppen weiter runter gehen. Ja. Ja. Also wir fahren weiter mit dem Aufzug runter und dann... Ja, das dachte ich mir. Fast. Gott, warum liegen da so viele Nachrichten? Boss, 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 Boss. Äh, ja. Zeichen ist passiert. Ich fahr noch runter, chillen sie ihre Basis. Komm, bin ich unten, tauch dein Zeichen auf. Komm, wir müssen doch mal runter gehen. Eine Nebelwand, die pissgelb ist. Ja. Juri ist ein... Äh, das ist ein Wasser? Au, 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 au! Ja, das ist Wasser. Das ist sehr gut Ok, er ist gebrochen Ja, ich war noch im Angriffsdingklimmer Oh Gott Meiner ist weg Was? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ähm Hat das wenigstens mehr Schaden gemacht? Das war gerade so Du hast gerade Vollseite Akku Ich probiere es mal kurz raus Was? Ich dachte, der wird gefährlich, wenn ich ehrlich bin Ich dachte, der wird gefährlich Das ist kein richtiger Dungeon Das ist kein Kein Dungeon wie wir ihn kennen Es ist so eine Art Doppel Dungeon vielleicht Oder Oder halt einfach Ich kann ein Level abmachen Ich glaube Jetzt muss ich aber den Weg raus Von dem richtigen Weg da Ich hätte nicht Blackstam dürfen Mein Plan war einfach nur Ich tue mal kurz versucht Angreifen von hinten Damit er dich kurz vergisst Man kann nicht Blackstam Man kann nicht Blackstam Und schon war der ganze Kampf für den Arsch Man zeige ich ihn übrigens Ja, ich sehe es Da vorne Ich wollte doch nur, dass er dich vergisst Weil ich weiß schon wie der Kampf jetzt aussehen wird Du benutzt mir das Punching Board mal hinter ihn zu rennen Ja Ne, ich werde es nicht so übertreiben Wie bei Kotlin Da sind wir wieder eigentlich ein bisschen der Kollege Genau Ich finde es wahrscheinlich würde das sogar funktionieren Dass er sich da nicht angreift Ja Hatten Kotwände ja auch an mir geklappt Aber Kotwände es keinen Müller zum Angreifen gegeben Was für ein Blumenbogen? Was? Ja, liegt ein Blumenbogen Oh, liegt ein Blumenbogen Oh, liegt ein Blumenbogen Ne, das sieht so aus Wie hast du dich gerade von vorne gemäßt das? Ja, wenn du dich gefällt Backstab funktioniert nur hinten Was sagt auf der Nahrung eigentlich? Aber es sah so aus Bessen war ich kurz irritiert Now it's the game Aua Ja, du hast es küsst Das ist neu Ey, jetzt greif mich an Wie kannst du das wegmachen? Es frugt Feuer Es frugt Feuer Sag mal, warum sie gehe ich denn bei dir? Und warum bist du der wieder? Äh, das war keine Absicht Äh, das war keine Absicht Ja, es verschwunden Er hat Vollfeuer gespuckt auf mich und ist dann verschwunden Ja, mach dich weg Dann wirst du nicht mal Lassen sie mich in Ruhe, ich bin sensibel Ich hab' den Schlafensperr Ich hab' den nicht geschaut Ja, wirklich Der Kampf war bei dir einen Ticken nerviger durch dieses fette Viech Löst Blutverlust aus 55 Großstab Jo- äh, ja doch Großstab Joris ein ältes Inquisitor Das ist kein Zauberstab Die Spitze ist mit goldenen Stachen besetzt die für die Qual des Inquisitors stehen wodurch man den Stab als Großsperr führen kann Angriffe verursachen Heiligschaben und die Kraft erhöht sich mit dem steigenden Glauben Warte, okay, also eigentlich gut Warte, heißt das das ist ein Katalysator? Mh, nein Ich glaub nicht Joris Inquisition Stoßt den Großstab in die Luft und feuert eine Reihe goldener, stachelartiger Lichtbögen ab Halten, um die Dauer des Sperrfeuers kurzzeitig zu verlängern Ich würd's ja sagen Stößt und nicht stoßt, aber okay Achtung Geschicklichkeiten 22 Glauben Ich dachte eigentlich, das wär ein Zauberstab gewesen Ähm Was ist das Gebiot dahinten jetzt? Warum ist hier alles so blutig? Guck mal, wir sind in einem Gebiot außerhalb der Karte Wir sind nicht außerhalb der Karte Es erwartet euch im Inneren Das ist eine spielgenerierte Nachricht Wieso hast du gesagt, außerhalb der Karte? Außerhalb der aktuellen Karte, die Movie hat Ja, und wenn du genau schaust Wir laufen Ach, seine Karte ist straight through Vorsicht vor Monstrum Du rettest schon wieder, oder? Erd? Nein, ich kann hier nicht retten Warum immer Erden bauen? Hätte ich nur dieses Pferd Ach, wir sind hier Ich hab gehört, dass es ein Gebiet gibt, wo man das Pferd nicht rufen kann Weil das Pferd Angst hat Okay Weil hier die rasende Flamme Ist Schau auf den Boden, ja Ja Und die rasende Flamme ist Ich möchte nach Hause Oh, ich möchte nach Hause Umso mehr, ich möchte nach Hause Oh, ich möchte nach Hause Das ist definitiv einer vom Spiel, der stellt eine Nachricht Nein Du kannst echt zu lange Nachrichten machen? Ab und bald Weil die rasende... Die rasende Flamme ist das Einzige, was Torrent zerstören kann Und wann erfährt man das? Man darf euch nicht sehen Wenn ihr gesehen wurdet, gibt es keinen drinnen Man kann es nicht einmal berühren Hä, was liest du gerade? Äh, Spiele Nachrichten Achso Aber ich würd dann sagen, hier machen wir Übernächste Woche Freitag Nachmittag weiter Wir sind so nah an diesen Dingen Es ist mir scheißegal Die holen wir uns übernächste Woche Freitag am Nachmittag nach deiner Arbeit Du kannst nächste... Ja, ja, okay Und morgen zocken wir Pokémon und holen uns den vierten Orden Und den fünften Mal schauen Oder sterben Jemaligen Tod Äh, ich hatte übrigens mit Michi jetzt auch einen Run gehabt, wo ich auf... Wo ich einen Run hatte, was im Effekt nur Wutanfall konnte Okay Ähm... So, dann geh ich mal in... Ähm... Ähm... Warum ist der Mond so gelb? Mond so gelb? Draußen Real Life Ist ein riesig fett Orangener Mond im Himmel Also... Weiß ich nicht, muss ich gleich gucken Ich dachte grad im Spiel wollte ich grad gucken Naja... Ich wünsche euch allen eine gute Nacht Ich auch Morgen bitte unten Ist ja noch Ausfall Schönes... Jo... Ciao, ciao Ciao, ciao Jo...